Okay, da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore zum Tag 1815. Und ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir weitermachen. Wir haben jetzt letztes Mal beim Neta Monument den Grinder in den Neta verlegt. Und dann wird, denke ich, auch mal Zeit, dass wir das Innenleben... Warum müssen die Endermann immer ihren Müll bei mir in der Wohnung abladen? Dass wir das Innenleben vom Neta Monument langsam mal zu Ende bringen. Und was ich auch noch gerade zeigen kann, wo wir dabei sind. Wir haben jetzt dreimal einen Dreizack. Also wir haben Hades, wir haben Poseidon und wir haben Zeus. Poseidon ist besonders lustig, wenn es regnet. Dann kann man nämlich noch schön durch die Gegend fliegen. Aber Hades ist halt unser... Ich habe es gerade falsch ausgesprochen. Hades ist halt unser normaler Battle Trident. Wobei im Neta gegen die Gas zwar halt nicht so sinnvoll finde ich. Also ich habe dann immer Angst, dass er nicht zurückkommt. Und was ich hier noch ergänzt habe, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Das müsste mir vielleicht noch ein bisschen ausgefallen sein. Machen wir vielleicht mit einem Timer. Aber ich weiß gerade nicht, wie man hier einen kompakten Timer hinkriegt. Das ist ja wirklich alle 30 Sekunden. Ich habe hier die Fische, die dann reinkommen, reingepackt. Oder dass der Dispenser ausgelöst wird. Oder jedes Mal, wenn ein Item durch das Portal reißt, halt die andere Seite geladen wird. Und dann kommen halt die ganzen Guardians noch nach, die halt schon gespawnt wurden. Aber halt noch nicht durch das Portal geschwommen sind. Das fände ich eigentlich ganz sinnvoll. Ich überlege, ob man es nicht vielleicht auch mit einem Skulk Sensor macht. Weil dann kann man einfach irgendwie mit einem Notenblock das mehr oder weniger ratlos machen. Wobei, wobei ein Skulk Sensor wird ja von allem Möglichen ausgelöst. So, aber das hier ist jetzt die Frage, welche von den Räumen behalte ich bei? Also welche Räume möchte ich beibehalten? Und wo ziehen wir neue Geschichten, also neue Treppen und sowas? Ach, hier ist ja auch noch. Stimmt, irgendwann habe ich mal einen Schneemann hier eingesperrt. Ich weiß noch nicht mehr warum. Warum habe ich das denn gemacht? Für irgendwas brauchte ich Schnee. Aber ich weiß, beim Westen wäre ich nicht mehr so viel. Glas hätte ich auch mitnehmen können. Aber ich glaube, ich kann einfach hier das Glas nehmen, weil dann machen wir hier einen schönen Rahmen drum. Trotzdem brauchen wir bald auch irgendwo ein paar natürliche Treppen. Ich denke, hier an der Seite macht das noch am ehesten Sinn. Hier und wenn wir den Raum hier auch nehmen. Das heißt, es ist nicht gleichmäßig. Also hier nach da und da drüben würde ich es dann in die Richtung ziehen, was auch keinen Sinn macht. Also eigentlich muss es schon hier lang. Die Richtung stimmt halt vorn und hinten nicht. Entweder stimmt sie von oben nicht oder von unten nicht. Hier passt das. So, aber dann kann nämlich das hier weg. Und das hier und das hier auch. Ah, hallo. Oh, du hast Korallenblöcke. Und du hast Dripstone. Oh, ich glaube, wir können den nächsten Lava-Farm bauen. Nee, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Pointed Dripstone. Okay, das heißt, das können wir jetzt farmen. So, Lillipads. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist, das ist ein großer Schritt. Weil wir können jetzt Lava-Farmen, wir können Dripstone-Farmen. Davon hatte ich nämlich bis jetzt noch nichts gefunden. Ich meine, was man überlegen könnte, wäre, dass man das hier durch Stairs ersetzt. Dann hätten wir nochmal so ein Viertelblock hier mehr Bewegungsspielraum. So, hier könnte man das wieder... Ja. Dann haben wir zwei große... Aber das Ding ist, ich höre nichts anderes, wofür man diese großen Flächen verwenden sollte. Ganz ehrlich, die Guardian-Farm werden wir auch auf absehbare Zeit nicht brauchen, weil wir so viel aus der Geschichte herausgekriegt haben. Ich überlege ja gerade, ob ich mal ein paar... What? Wo kommst du denn hier? Ein paar Beacon-Blöcke als Flex hier irgendwie einbringen will. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich zu einem Neta-Monument passt. Weil Beacon-Blöcke haben wir. Ich meine, wir können mal kurz austesten, wie das... Äh. Wie das aussähe. Und ja. Das Ding ist mit... Im Moment mit den Mods, die wir haben... Sieht das halt aus... Wie einfach ein ganz normaler Glasblock. Ist dann das nächste Projekt der Nachbau einer Neta-Festung aus dem blauen Stein. Das ist tatsächlich eine Idee, die ich habe, wo ich dann halt im kompletten Bereich vom Neta-Terra formen müsste, dass das praktisch eingefroren ist. Wäre cool. Ich habe aber bis jetzt noch keine zweite Neta-Festung gefunden, wo ich das machen wollen würde. Ich meine, wir hatten ja mal vor ewigen Zeiten... Die erste, die wir gefunden hatten, war ja so winzig, da gab es ja auch gar keine... Nee, warte, das ist die. Die Neta-Festung... Wir hatten nur eine Neta-Festung gefunden, stimmt. Und die Neta-Warzen hatten wir ja aus dem Bastionen holen müssen. Weil die Neta-Festung, die wir dann verwendet haben für die Neta... Für die Wifferskelett-Farm, die hatte ja keine einzige Neta-Warze. Ja, das ist ja dieser komische Übergang von gerade hier alles zweimal und hier dann ungerade alles dreimal. Deshalb sieht das halt komisch aus. Das ist egal, wie man es macht. Zum Thema Schule fällt mir gerade noch ein, weil die Neta-Lehrerin Abi hatte zum Thema Monumen berechnet. Mit der deintegranten Star-Trek-Aufgabe stellen in das Monumen eines Bajoranischen Drehkörpers. Sollten wir Quarks mir nie erst verkaufen, wollte ich... Und 80% der Klasse ist sowas als ein Bajoranischer Drehkörper. Okay, die Lehrerin ist cool. Ich weiß, dass wir mal ein Buch in der fünften Klasse gelesen haben über ein Computerspiel, das Wirklichkeit wird. Und wir sollten dann alle auch ein Spiel vorstellen. Und bei mir war es tatsächlich so vorhin, was ich vorgestellt hatte. Oder zumindest versucht hatte vorzustellen. Womit halt niemand was anfangen konnte. Also ich dachte, das wird wesentlich komplizierter. Aber, Moment, das tun wir auch noch weg. Wir haben es hingekriegt. Das Neta-Monument ist offiziell fertig. Oder weitgehend fertig, als wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Aber soweit ich hier alles beurteilen kann. Alles, was innen oder außen sichtbar war, ist jetzt neterifiziert, würde ich mal so sagen. Das ist halt schon... Wir haben jetzt hier Raum, uns zu bewegen. Wir haben Treppen. Wir haben da noch ein paar Treppen. Wir können hier noch gleich das hier alles vollpflanzen. Dann haben wir hier auch richtig viel Neta-Warzen. Die dann wachsen können, falls wir die Guardian-Farm verwenden. Aber vor allem, ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft die Guardian-Farm verwenden müssen. Weil wir haben durch dieses Projekt so viel an Prismarinen gesammelt. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Also ich denke, ich werde zwischen den Streams dann unsere Neta-Rack-Bestände wieder auffüllen. Und auch unsere Never-Brick-Bestände. Also ich werde die Neta-Mine ein bisschen besuchen wohl. Und ansonsten muss ich mir echt überlegen, wie wir weitermachen. Oder womit wir weitermachen. Aber das ist zum Glück mein Problem und nicht eures. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore. Ich habe offscreen jetzt nicht so viel gemacht. Aber ich habe mir was überlegt. Wir haben ja beim letzten Mal den Händler gehabt und haben damit Tropfstein bekommen. Und ich habe auch nochmal eine Höhle gefunden, wo eine Tropfsteinhöhle drin war. Weil ich habe auch, also ich habe das auch zum Glück gehabt. Weil ich habe mal geguckt und so eine Tropfstein-Farm, also es dauert wohl 100 Minuten, damit so ein Tropfstein eine Stufe wächst. Und von den 10 Tropfsteinen, die wir gekauft hatten, musste ich 8 Opfern, um halt 2 Tropfsteinblöcke zu bekommen. Weil das ist notwendig, damit die wachsen können. Ich habe jetzt bei den Spawn Chunks mit den Sachen, die ich gefunden habe, auch eine Tropfstein-Farm eingerichtet. Zumindest eine provisorische. Ob ich da später noch eine richtige draus mache, weiß ich noch nicht. Aber dann hatte ich mir überlegt, man kann ja damit jetzt auch Lava fahren. Das war ja der ursprüngliche Gedanke. Und damit könnte man auch sehr gut den Superschmelzer betreiben. Weil ich habe festgestellt, normalerweise ist es ja so, der untere Slot nimmt von, also der Hopper, die Hopper hier runter, nehmen ja von hier den Output. Und von hier drüben die Hopper, die von hinten reinfüttern, die machen halt den Treibstoff. Aber anscheinend ist es so, wenn hier ein leerer Eimer drin ist, dann wird der auch von den unteren Hoppern rausgezogen. Und das ist sehr gut. Denn das bedeutet, dass wir, wo ist es? Ich habe es mir schon markiert. Dass wir hier, ich habe auch extra mit der Replay-Mode, weil das hat ja praktisch eine Art Spectator-Mode. Dann habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen geguckt, ob das überhaupt alles passt. Das heißt, wir können hier die leeren Eimer dann rausfiltern. Und dann am besten mit einem Wasserstrom da rüberbringen. Weil dann möchte ich da drüben, bei der Kaktus-Farm, praktisch einen großen Teil haben, wo die Lava-Farm dann ist. Wo wir dann immer das rausnehmen können. Und dann haben wir im Prinzip unbegrenztes Brennmaterial und können halt trotzdem noch Lava abfarmen. Je nachdem, wie groß wir das aufziehen. Den hier müssen wir abfangen. So. Ja, 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 ist richtig. Das müsste richtig sein. Sag ich wahrscheinlich jetzt und gleich stelle ich fest, dass es falsch ist. Aber. Der muss dann einfach nur in irgendeine Richtung zeigen. Wahrscheinlich nach da, weil... Nach da geht... Wobei, warte. Warte. Hier ist kein Platz, oder? Nee, hier ist kein Platz. Oder? Passt das? Eins, zwei, drei. Eins... Nee, passt nicht. Schade. Das wäre ja zu einfach gewesen, wenn das gepasst hätte. Aber dann hätte ich direkt nach da führen können. Oder ich führe nach hier. Wenn ich nach hier führe, kann ich nämlich direkt da drüber... Ja, das geht. Boah, irgendwie so ein... So ein... So ein... So ein Rüstungsstück. Womit man an Wänden hochklettern kann. Wäre manchmal sehr praktisch zum Bauen. Und zwar so. So. Dann passt das nämlich. Und ich wundere mich schon. Jo. Läuft. Läuft. Ich muss ja sagen, ich finde das extrem cool, wie sich gerade Crossroads Temple entwickelt, dass wir diese... Diese Interkonnektivität zwischen allen unseren Annehmlichkeiten, die wir uns hier bauen, einfach haben. Und das alles irgendwie zusammenläuft. Da fühlt man sich halt schon wie ein richtiger Ingenieur. Man sieht Probleme und man findet Lösungen. Und zwar... Okay, das funktioniert automatisch schon. Wir brauchen noch ein paar Schilder mehr. Und ein paar Eisblöcke. Und dann können wir das bis hierhin problemlos führen. Okay, das ist in Ordnung. Das ist voll okay. Hier bauen wir einfach gleich zwei Observer hin und gut ist. So, das haben wir. So, wir brauchen hier einmal Eis. Warte, Dropper können Items rausschießen. Ich wollte schon sagen, ich habe erst überlegt, aber ein Dispenser würde ja, wenn da ein Eimer drin ist, das Wasser die ganze Zeit aufnehmen. Aber das sollte eigentlich nicht passieren, wenn es ein Dropper ist. Ähm. Warte. So und so. Jawohl. Ja. Funktioniert. Okay. Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht überdachen sollte, dass die Dinger nicht so, ähm, die Eimer nicht so hüpfen. Aber mal gucken, ob die alle oben ankommen. Elf. Da sind welche nicht angekommen. Wo sind die jetzt hängen geblieben? Ja, das funktioniert. Es funktioniert. Die Items werden schnell genug dadurch. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt die ganzen Eimer dadurch jage. Dann wird das alles total gut. Das war hier. Dann haben wir nämlich eigentlich den schwierigen Teil schon hinter uns. Und es war tatsächlich einfacher, als ich dachte. Das heißt, wir haben eine Verbindung zwischen dem Sortiersystem, also unserem Superschellsystem mit dem Sortiersystem und unserer zukünftigen Lava-Farm. So, ich würde sagen, die hier drei hier lassen wir so. Das heißt, wir brauchen diese rein. Okay, fuck. Das habe ich nicht bedacht. Wir brauchen... Wir brauchen ein Layer für die Lava. Wir brauchen ein Layer für den Dripstone, also für den Dripstone-Block, für den normalen Dripstone und dann für die Kessel. Da kommt uns das hier jetzt natürlich total in die Quere. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Pass auf. Da machen wir nämlich hier oben einfach jetzt das Lava-Lager hin. Wenn man das so macht. Dann hätte man hier vier, fünf, sechs, sieben. Die Reichweite wäre... Also, das geht. Dann macht man hier... So eine Line. Wo man durchlaufen kann. Dann hätte man Zugriff auf 56... Lava-Dinger. Und man könnte es ja sogar noch weiterziehen, wenn man möchte. Frage, wie absurd wollen wir die Lava-Farm machen? Weil, ich meine, Lava braucht, glaube ich, auch schon so seine Zeit. Und wenn man mal Lava wirklich in großen Mengen braucht, dann braucht man sie halt wirklich auch in großen Mengen. Oh, ich glaube, wir könnten davon zurückgehalten werden, wie viel Dripstone wir tatsächlich besitzen. Wie hatte ich gedacht, wir hätten mehr. Guck, da haben wir schon unsere erste Lava. Aber doch, wir können sehen, welche von denen schon Querblöcke sind. Weil bei denen, wo Querblöcke sind, da tropft nämlich schon die Lava dann runter. So, aber da die Farm, die Dripstone-Farm in den Spawn-Chanks ist, kann ich da zwischendurch einfach mal hingehen und gucken, ob da Tropfstein gewachsen ist. Wir machen das auch gleich. Und dann halt zwischen den Streams die Lava-Farm immer wieder mal ausbauen. Und halt auch abernten. Da ist schon wieder ein Eimer fertig geworden. Ja, ist schon wieder. Also, wenn man genug von denen parallel laufen hat, dann geht das doch relativ schnell. Aber ich würde sagen, wir zögern das nochmal gerade raus mit der einen... Warte. Das da geht gar nicht. Mit dem Besuch bei den Spawn-Chanks, damit wir halt möglichst hohe Erträge dabei haben. Hier, eins ist gewachsen. Ich sag ja, Gras beim Wachsen zusehen ist schneller. Und ich dachte, ich hätte annähernd genug. Das ist jetzt die ganze Zeit gelaufen und auch schon vorher, als ich es... Nachdem es gebaut hatte. Es hat sich einfach nichts getan hier. Also, ich hoffe, dass das läuft. Also, es müsste laufen. Ja, also, die Lava-Farm, würde ich mal sagen, ist sehr effektiv. Hoch. Ach, hier unten wächst auch. Okay, aber das war wohl... Wenn das vorhin noch nicht da war, dann ist ja tatsächlich was gewachsen. Aber... Wächst kein Tropfstein in den Spawn-Chanks? Das muss ich jetzt wissen. Okay, es scheint, als würde ein Dripstone hier gar nicht funktionieren. Ähm... Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir es sehr anders machen. Wenn das Ding nicht hier funktioniert, dann würde ich sagen, wir bauen das Ding einfach im... Bei uns ein Crossroads-Tempel. Oh, hallo. Okay. Dann sollten wir vielleicht hier einfach zulassen. Jo, das ist nämlich hier. Und hier müsste das Glas sein. Weil hier oben habe ich die Dinger platziert. Die Seelatenne, damit das Glas von oben leuchtet. Oh, hallo. Habe ich das gerade gemacht oder ist das schon direkt gewachsen? Mensch. Also, wenn man genug von denen parallel wachsen lässt, dann... Ist das auch okay, dass das lange dauert. Aber es klingt schön. Wenn man hier reingeht. Genau hinhört. Nice. Also, da das ja in den Spawn-Chanks nicht funktioniert hat, haben wir jetzt eine Dripstone-Quelle. Ich meine, ich muss die noch ein bisschen größer ziehen. Vielleicht ziehen wir sie auch noch weiter nach hinten. Mal gucken. Ich meine, Platz haben wir in der Richtung. Es kommt halt darauf an, wie der Output ist. Aber das heißt, wir haben jetzt zwei weitere Farmen, die wir gelegentlich mal abfrühstücken können. Apropos, wir können ja mal gucken, wie es jetzt mit der Lava-Farm aussieht. Bzw. wir wollten ja noch ein paar Dinger machen. Ein paar Eimer. Und wir müssen noch den Sand oben platzieren. Das heißt, wir sehen gleich mal, wie viel da jetzt rumkommt in so einer kurzen Zeit. Wenn genug von den Dingern halt da am Tropfen sind. Okay. Nice. Hier. Ja, also, ich denke, man kann bestätigen, Tropfstein-Farmen funktionieren nicht in den Spawn-Chanks. Aber wenn sie da funktioniert hätten, hätten wir definitiv schon mehr als das hier sehen müssen. Und hier haben wir schon immerhin wieder vier Tropfsteine raus. Also, wann immer hier irgendwas AFK läuft, haben wir jetzt wieder zwei Rohstoffe mehr, die wir nebenbei generieren. Sowas gefällt mir immer sehr gut. Ich hätte vielleicht hier noch zumachen sollen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das hier am Ende gestalte. Äh, Fackeln sollten wir wegmachen. Pass auf, wir müssen auf jeden Fall die Fackeln wegmachen, weil sonst blockieren die wahrscheinlich die Tropfsteine. Ähm, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie, nein. Ähm, wir brauchen zumindest wahrscheinlich irgendwie mal eine Lampe da hinten. Ja, weil sonst ist jetzt nämlich hier Spawn-Technisch ein bisschen uncool. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht hier irgendein Muster überlegen, was wir machen können. Huch, das wollte ich nicht. Aber ich denke, das können wir machen, wenn das hier noch ein bisschen gewachsen ist und wir dann hier das komplett durchziehen. Ich meine, hier sind jetzt gerade mal 100 am Wachsen. Am Ende sind es vielleicht 120 oder so. 121 müssen es sein, weil 11 mal 11. Und wenn das durch ist, dann kann ich die Lava-Farm weiterziehen. Da haben wir doch wesentlich mehr geschafft, als ich erwartet hätte. Muss ich mal ganz klar sagen. Also ich hätte wirklich eigentlich nur die Lava-Farm machen wollen und diese Verkabelung. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen mehr hinbekommen. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wann auch immer das ist. Bis dahin.